Ja, guten Tag, ich würde gerne bei Ihnen eine Pizza bestellen. Mhm. Ja, Zwiebeln, Mais, Peperoni, Schinken und Salami. Wobei aber eher die milden Peperoni. Ach, sagen Sie, ist da eigentlich Hefe drin in dem Teig? Mhm. Und wie viel ungefähr? Ach ja, gut. Die Lieferadresse, ja. Ich glaube, mit der Pizza überlege ich mir das nochmal. Aber trotzdem danke. Wiederhören. Warum so kompliziert? Versuch's mal hiermit. Essen-und-trinken.de Rezepte, Community und mehr. Woh, Peace. Tschüss. Vielen Dank.